Hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Mein Name ist Jan und mit der Boy ist der Mike im Farming Simulator 2019. Also das Ganze aus beiden Sichten. Checkt auch Mikes Kanal oben rechts in der Infokarte ab. Grüße gehen auf jeden Fall auch raus an die Entwickler Giants. Danke fürs Bereitstellen für dieses Spiel. Mega cool, ja. Wir haben auf jeden Fall Bock drauf. Und ja Leute, das Ganze in der ersten Folge hier mit auf dem Hauptkanal. Danach geht es weiter auf meinem zweiten Kanal. Jan und du bloß natürlich auch oben rechts in der Infokarte verlinkt. Und wir haben 1,25 Millionen. Ja, du auch. Das habe ich doch schon gesagt. 1,25 Millionen haben wir. Wir haben nämlich noch gar nichts. Wir haben eine neue Farmer erstellt hier zusammen. Wir haben dieses Spiel, Leute, wir haben dieses Spiel jetzt gestartet. Wir haben nichts verändert außer die Grafikeinstellungen. Und ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Echt. Ja, wir müssen das zusammen herausfinden mit euch. Ihr könnt uns natürlich auch gerne Tipps in die Kommentare reinschreiben und hier mitverfolgen. Wir durchspringen sogar. Vielleicht streamen wir das auch mal und ihr könnt uns auch mal helfen oder so in einem Live-Show mal gucken. Also wird echt ein cooles Projekt. Wir werden das auch ein bisschen länger machen in Folgen und auch regelmäßig und auch in Streams vielleicht mal. Das wird cool. Wir schauen uns jetzt erstmal um und gucken, was da so abgeht. So, okay, also. Wie geht das jetzt mit dem Traktor kaufen? Ich will einen Traktor haben. Das Geilste wäre natürlich erstmal, wenn wir so ein leichtes Feld, also jetzt keins was so komische. Ja, naja, nichts was. Hä, musste man da nicht immer einfach hinfahren? Also wir haben ja LSX mal gespielt, da musste man da nicht einfach hinfahren und dann gab es da auch so ein Feld und dann sagst du so, hä, kaufen weißt? Ja. Wollen wir erstmal zur irgendwie Nummer 12 hin? Weil, also das hat von der Geometrie was ganz geiles. Ne, da kann man sich leider nicht interpretieren, habe ich nicht gesehen. Ja, da wollen wir jetzt erstmal einen normalen Traktor kaufen. Ja, ich würde schon sagen, oder? Erstmal Taschenlampe anmachen. Ich mache die ganze Zeit die Taschenlampe anmachen. Kontostand, Fahrzeuge, Platzierbare Objekte. Man kann Platzierbare Objekte. Kann ich ein Auto haben? Felder erstellen, Landschafts... Hier gibt's... Wie viel Geld würden... Null. Alter, nein, nicht kaufen. Stopp. Ah, okay, Zeitskalierung... Ja, wir machen das bitte alles, ähm, mit Absprache, ja. Ich wollte jetzt schon aus Versehen hier was kaufen. Ja, ja, klar, klar. Also es gibt kompakte, mittelgroße und große Traktoren. Ja, wir müssen natürlich erstmal klein anfangen. Also kompakt. Ja, ich, äh, geh mal auch in den Fahrzeug hinein. Also der erste ist halt schon... Der Fendt ist zwar ein bisschen schneller, der kann auch ein bisschen mehr. Aber ich finde irgendwie, der Baltra, der sieht so modern aus. Ich weiß. Darf ich den Fendt nehmen? Du nimmst den Fendt und ich nehme den Baltra. Okay. Dann, äh, was ist hier? Konfigurieren muss man erstmal. Konfigurieren? Was kann man denn hier machen? Ich will mal sehen, was man hier machen kann. Rot weiß mich schon ganz geil. Ich will mal sehen, was man hier machen kann. Oh, ein Frontgewicht kann man noch mit dran packen. Ah, okay, ja. Boah, okay, man kann die Räder verändern. Die Räder, das ist interessant. Was ist das denn jetzt? Was verändert sich denn hier? Okay, die anderen, die sehen aber nur hässlich aus. Achso, das ist Motorrad. Oh, ich kann so einen anderen Motor reinbauen. Ja, ja, aber das ist voll teuer. Ich kann, äh, nur Reifenhersteller machen. Ja, das finde ich, will ich auch nicht. Ah, ich weiß nicht, für so ein paar PS... Das sind dann so nur 5000 Reifenvariant. Alter, was ist das denn? Junge, das ist ja die Zerstörung. Ne, das will ich auch nicht. Ich will einen ganz normalen, einfachen... Äh, die Frage ist, ob wir das mit dem Motor machen. Was, was bringt mir das? Frontlader, Anbau, das ist wichtig, ne? Äh, Leute, was ihr auf jeden Fall wissen müsst, ich spiele das, äh, wie gesagt, wir spielen das zum ersten Mal jetzt. Deswegen haben wir auch absolut nichts eingerichtet. Das heißt, ich habe, äh, keinen Lenkrad, wobei ich das immer gerne mit Lenkrad gespielt habe. Ich habe keine Ahnung, wie die Steuerung funktioniert. Mit V, ne, wie konnte man denn... Ah, mit C steht ja sogar da oben, kann man die Kamergar wechseln nach innen. Ähm, ich werde bis zum nächsten Mal auf jeden Fall die Kamergar... Oh, okay, krass. Äh, die Kamergar, das Lenkrad, äh, auf jeden Fall mal... Ähm... Ja, das Lenkrad werde ich auch vielleicht mal anschließen. Auch anschließen. Und, ähm... Weil man sich dann nicht so cool umgucken kann. Natürlich werde ich auch ein bisschen gucken, dass ich die Tastatur und so ein bisschen lerne. Ich habe echt keine Ahnung, ich... Aber es steht ja eigentlich immer oben. So, ja, aber nicht alles, ein bisschen was, wie ihr da voll Kamikaze reinfällt und ich fahre... Ja, ich will dir das Feld kaufen, Dings, nur, weil wir müssen ja Kohle reinbringen, weißt du? Ja, wo geht denn das? Und ich glaube, dann können wir quasi da, wo wir auch starten, so ungefähr irgendwie unsere Base bauen, weil ich glaube, das kann man wirklich einfach überall so mehr oder weniger platzieren. Und ich bin's ganz ehrlich, bei dem Spiel sieht's so aus... Also, es sieht überhaupt nicht mehr so... Ja... Alter... Ausbremsen! Sieht halt viel geiler aus. Es ist gar nicht mehr so abgehackt, so zwischen den Feldern, weißt du? Das... Boah, dieses Rasenmähen und so für Tiere und so... Ja, aber wo können wir das jetzt glauben? Hier ist ja gar kein Feld. Normal war doch da immer so ein blaues Ding, wo du dann hingehen kannst. Ja, ich weiß. Ja, haha. Ah, Leute, wir haben's. Du hast einen Durchblick, du weißt, wo man hin muss? Du fährst... Okay, du fährst mitten durch einfach. Kommt ihr einen Zug? Junge, ich seh nichts! Oh mein Gott! Ich falle gleich runter! Ich falle runter! Echt? Jo! Kann der auch kaputt gehen? Ja, kann er. Da ist so ein Zeichen. Echt? Ja, ja. Stimmt, stimmt. Oh! Ich falle! Ich falle! Er überschlägt sich! Ich bin am Rücken. Ja, und jetzt? Kann man den irgendwie zurückzetteputieren? Offensichtlich. Äh... Früher konnte man das... Lol, ich hab mich aufgerechnet. Echt? Ja, keine Ahnung wie. Ja, keine Ahnung. Alter! Lol! Ja, ja, ist gar nicht uneben hier. Nee, nee. Vielleicht müssen wir dann... Vielleicht... Zum Schaden vielleicht gar nicht schlecht, hast recht. Und dann kaufen wir aber relativ schnell, würde ich sagen, dann dieses... Aber es ist halt wirklich... Guck mal, wie viel Platz hier ist. Das ist halt das, was mich überzeugt. Weil du hast hier quasi echt die perfekte Fläche, um einen Hof zu bauen. Ja, ja. Ich meine, ich will ja auch irgendwo schlafen, nicht in meinem Traktor, oder? Ja, ja, logisch. Und dann expandieren wir auf 19. Da ist auch nochmal richtig viel Platz. Ja, das wäre krass, ja. Ja, lass den nehmen. Also ich kaufe den. Ja, ich kaufe den. Aber wir müssen uns natürlich auch Geld übrig behalten. Wie viel haben wir denn überhaupt noch? Alter! Wie viel haben wir noch? 278.000, das ist sauwegig. Normal müssten wir jetzt eigentlich alles haben, oder nicht? Es steht hier viel zu viel rum. Komm mal vorbei und hol das mal ab mit dem Traktor. Ja, du überholst mich gleich. So langsam fahren mit dem Ding hier. Ja, ich merk schon. Ich weiß nicht, warum ich überhaupt dir hinterher gefahren bin, wenn du fährst voll den komischen Weg. Kimmt eigentlich, lol. Das war's jetzt da hinten. Ich bin vorher noch gar kein anderer. Ich bin da von da gekommen und fahr jetzt nur, weil du hier warst, da lang. Aber diese Sonnenblumen, die kann ich doch hier mit erst ernten, oder nicht? Na ja, gab nicht, weil ich fahr jetzt erstmal direkt vor dich. Hey, du bist doch schon vorbei. Ja, nein, du bist ja beim Raps. Geh doch weg. Nicht das Raps. Hä, wieso nicht das Raps? Das Raps ist so nämlich erntgereif. Das ist noch im Wachstum. Echt? Ja. So, jetzt seh ich hier das Haus erstmal und ich hab jetzt schon mal den... Oh mein Gott, bin ich behindert. Ja, bist du. Leute, das war vorher nicht so. Ich bin durch das Raps aus Versehen gefahren. Na, da bin ich ja aus Versehen. Und das macht das Feld kaputt. Nice. An der Stelle ist das Feld jetzt kaputt. Ja, okay, das wusste ich aber auch nicht. Aber gut, dass es dir passiert ist. Also man darf da nicht durchfahren. Okay, also Sonnenblumen, erntereif, ja. Die sehen eigentlich ziemlich kacke aus. Ja, die fände ich ja. Das muss ich ehrlich sagen. Ja, das ist eigentlich voll einfach, wir müssen ja nur gerade ausfahren. Aber ja, auf jeden Fall... Drescher, das Gerät Drescher zuerst ausklappen. Auf jeden Fall habe ich den Anhänger schon mal hingestellt. Könntest du theoretisch dann schon befüllen, falls du brauchst. Ja, äh, äh, und... Schneidwerk senken. Jetzt hole ich den Rest. Anschalten. Alter, Alter. Oh, Leute. Ja, jetzt müsste ich es jetzt gleich nochmal. Wenn ich es jetzt nochmal nach vorne kippe. Ich kann es nicht nach vorne kippen. Oh, mein Gott. Warte. Gleich ist es kaputt. Oh, anguck. Hinten kann ich es angucken. Warte, warte. Ja, du kannst es hinten angucken. Ja, dann lass es jetzt mal stehen. Ja, jetzt fahre ich nochmal vorne dran. Jetzt wieder drüber fahren. Ja, dann hast du vorne nicht so ein Ding. Ne, ne, ich kann das vorne, würde ich nicht dran machen. Ja, weil du nicht sowas hast vom Grandkoppeln. Du hast da nichts für. Ja. Ja, dann geh weg. Ja, dann musst du das machen. Benutz deinen Traktor nicht. Ja, dann hol, ähm, hol die zwei anderen Sachen nur. Oh, hier läuft einfach ein Vogel auf meinem Feld. Das ist eine Elster. Weg. Haben wir Knarren? Weg. Ja, ey, die picken echt die Samen. Ich meine, wir haben ja noch nichts gesehen, aber wenn das Spiel realistisch ist, dann picken die echt die Samen einfach weg. Ja, oder? Ja, es wäre, Alter, ohne Spaß. Ey, guck mal, hier kommt der Frontlader. Ich würde die einfach schießen. Oh, du bist ja schon fast fertig. Ja, hier wird auch gut gearbeitet. Oh, scheiße, ich habe mich verfahren. Dein Ding sieht so geil. Warum hast du dir sowas gekauft? Ey, weil wir das gebraucht haben. Weil es dann einfach von 60.000. Ja. Wenn 10.000 mehr hättest du dir so einen Traktor kaufen können wie ich hab. Nee, er kam sich. Ja, das brauchen wir um dieses Saatzeug. Das geht mit dem nicht, was du hast. Ja, wahrscheinlich, oder? Meiner kann einfach alles. Was mache ich gerade? Ich kann das Zeug ja jetzt einfach auch hier hinbringen und dann verkaufe ich das einfach wieder. Boah, das ist smart, oder? Ich habe weniger Geld, aber wahrscheinlich dann. Ich habe gerade alle Lichter angemacht, aus Versehen. Flutlicht bei mir umschaut. Das dauert jetzt erstmal wieder 10 Jahre, bis ich das andere angekoppelt habe. Oh, lol, das geht auch, oder was? Das Ding hat so viele Funktionen. Das ist einfach jeder Cent genährt. Was besser ist, das hätte man eigentlich nicht kaufen können, ja. Ist halt so. Ja. Das Ding ist geiler als mein Truck im Euro Truck Simulator. Alles ist geiler als mein Truck im Euro Truck Simulator. Mein Anhänger ist auch richtig geil. Ja, mein Anhänger ist geil. Schaut bei der Playlist vorbei. Was ich vor allen Dingen geil finde, ist mein Schnupfen. Also, ich lerne auf jeden Fall erstmal morgen. Den Gag kann er jetzt nicht verstanden. Achso. Ich lerne erstmal morgen. Das ist ja witzig. Ja, mag ich auch. Dann stell dann jeweils ein Beilfaden. Das ist so dumm. Ich finde das echt so doof, was wir hier machen. Ich habe wieder Licht angemacht und ich habe... Oh mein Gott. Ja, scheiße. Ja, nur weil du es noch nie vorher so gemacht hast. Ich habe das vorher gemacht. Alter Schlawiner. Ja, Feld ist fertig. Kannst du machen jetzt? Ja. Ich habe... ...die Saat... ...das Saatgut habe ich auf der Gabel. Bin mal gespannt, ob du... Oh, es ist geflogen! Nice. Ich bin mal gespannt, ob du sehen kannst. Okay, du entscheidest jetzt. Weil du ja so ein Profi bist. Hauen wir... Soll ich das andere auch grubbern? Oder soll ich das ausprobieren mit dem... Äh... Ja, ich überlege gerade. Ähm... 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 Ich hau es weg. Okay. Ich wollte gerade zwar sagen, dass ich es ausprobieren kann, aber... Ja, weghauen ist auch gut. Jetzt denken sich alle anderen Leute wieder so... Oh nein. Oh nein, das wären nämlich so 300.000 Saves. Warum war übrigens so viel? Und das ist gut. Und das ist gut. Das bringt so viel. Und das ist gut. Ich hab gleich schon das nächste Feld ausgegrubbert. Du musst immer noch nicht da. Hast du es wieder aufgeladen? Oder... Es ist aufgeladen, ja. Ich end gleich den... Ich hab Angst, dass ich gleich umkippe. Ich hab die Gabel nämlich ganz ausgefahren. So, guck mal. Wuiiii. Willst du noch mal ein bisschen hin und her wackeln damit? Ja, mach ich. Ja, zeig mal. Ich guck dir gerade so. Ja, genau. Gibt nicht um, weil das so ein gutes Gefährt ist. So einfach geht's. Ja, und wie viel, äh, aber wie viel bringt was? Was sollen wir denn machen jetzt? Ja, das, äh, das gucken wir jetzt erstmal. Ich hab jetzt erstmal, hab ich jetzt quasi nur das aufgeführt. Das wäre ja richtig scheiße. Ah, ne, das hat... Okay, ne, 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 okay. Das ist universell. So, da wir keine offizielle Abbot gemacht haben, melde ich mich hier nochmal so und würde mich fürs Zuschauen bedanken. Schreibt uns auf jeden Fall ganz, ganz viele Tipps in die Kommentare. Schaut auf jeden Fall nächstes Mal wieder mit rein. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao. Bis dahin, haut rein und ciao.